Hallo! Bleib still! Lucha! Befehl von Kala Kala Kala! Ich warne dich! Ein weiterer Schritt und du bist tot! Möchtest du wissen, wer ich bin? Nein! Okay, oder? Nein! Du scheinst ein irrenhafter Lucha zu sein! Daher wäre ich deine Frage zu beantworten! Du hast uns die Frage gestellt! Aluxus! Wir haben einen Geist! Bitte mach ich ihn bequem! Das Griechen! Oh, wie schaust du denn? Aus Griechenland! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Mach einfach hoch! Es geht doch nicht über einen Meer zurück! Nur heute! So, Dias! Ja, was? Okay, ja! Warte! Guck mal! WANTED! Flame-Fla... äh, Flame-Face! Wir lesen heute nichts besser! Der kleine Fabian! Was ist das denn? Kleiner Fabian, okay! Boah, da muss ich mir ja mal auf Pause drücken! Ja! Bohnen! 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 Binde Bohnen für mich! Damit ich mein Enchila dazu bereiten kann! Es war sehr nett! Es war sehr nett! Hammer-Face! Enchila! Boah! Bohnen! Ich hatte vor! Haha, was denn? BAH! Weil er hier... Wann aber die Küche! Äh... Kribbys! Hier? Warte! Missing... Ja, warte! Affe Junge! Oh mein Gott! What?! Alter! OMA! Wo bist du? Meine Oma! Hier! Da! Ja! Da! Oh mein Gott! Die Bohnen sind sehr saftig! Wirklich toll! Grazias! Aber mein Rezept ist immer noch nicht fertig! Ich hab's! Ich brauch feurige, scharfe Chilis! So ein Rezept erfordert eigentlich Chilis, die sie noch kein Leben noch gesehen hat! Was soll ich jetzt tun? Haha! Okay! Ich hab mit Chilis! Gut! Let's go! Let's imagine!